Unsere Reporter morgen ist mein Kollege Alexander Kehler, den ich jetzt recht herzlich in Berlin begrüße. Alexander, vielleicht reden wir zuerst über die Personalien. Also Jörg Meuthen ist ja der Spitzenkandidat, so viel ist klar. Er ist, glaube ich, auch der einzige Vertreter der AfD im Europaparlament im Moment. Wer soll denn da hinzukommen? Was sind das denn für Personen und wofür stehen Sie? Also auf Position 2 steht Guido Reil, der ja früher als ein Kind des Kohlenpots, wenn man so will, ein Mitglied in der SPD war. Der heute sozusagen als ein sozialdemokratisch orientiertes, sozialdemokratisch geprägtes Aushängeschild der AfD gilt. Über die weiteren Kandidaten lässt sich noch nicht so viel sagen, denn Sie haben es im Hintergrund gerade gesehen bei dem Schaltgespräch mit Georg Pasterski. Gerade werden die Kandidaten nominiert. Es sind jetzt die Plätze 14 bis 20 dran. Das sind übrigens genau die Plätze, deren Inhaber, das heißt diejenigen, die dort auch dann gewählt werden, mit sehr viel oder mit großer Wahrscheinlichkeit rechnen können, dass sie tatsächlich ins Europäische Parlament einziehen werden. Bis zu 20 Abgeordnete wird die AfD möglicherweise je nach Wahlergebnis ins Europäische Parlament schicken. Wir werden also am Montag sehen, wer es da geschafft hat. Meuthen ist der Prominenteste. Er ist ja, Sie haben es gerade gesagt, auch bisher oder im Moment der einzige AfD-Abgeordnete im Europäischen Parlament, nachdem die sieben anderen, die ja 2014 gewählt worden sind, von der Fahne gegangen sind. Das waren noch alte Leute von Bernd Lucke, dem ersten Parteivorsitzenden der AfD, der Industriefunktionär Hans-Olaf Henkel zum Beispiel oder der Wirtschaftsprofessor Stabatti. Die sind jetzt alle nicht mehr bei der AfD, aber die AfD wird mit Sicherheit mit einer wesentlich größeren Schar in Brüssel nach dem 26. Mai einziehen. Also diese Wahl haben wir bei der AfD, da kann man über die Partei sagen, was man will. Immer noch so etwas Unberechenbares, fast so etwas von Graswurzelansatz. Vielleicht ein weiteres zu dem, was die AfD strategisch vorhat mit dieser Europawahl. Da ist ja, wir haben es schon angedeutet, von Rückverlagerung, von Kompetenzen, gar von Ausritt aus der EU die Rede. Und die Partei will offensichtlich ja interessante beziehungsweise bemerkenswerte Koalitionen eingehen in Brüssel. Mit wem denn, Alexander? Ja, das ist die große Frage, denn es gibt ja eine ganze Reihe von rechtspopulistischen Parteien in anderen europäischen Ländern, die zwar programmatisch auf der Linie der AfD liegen, also die FPÖ oder die Lega Nord in Italien, aber gerade in dem letzten Fall bei der Lega Nord muss man ja auch bedenken, Salvini, der Chef der Lega Nord, legt es ja darauf an, sich mit Brüssel anzulegen, damit eben Brüssel auch die italienische Schuldenpolitik im italienischen Staatshaushalt bezahlt. Genau das will die AfD ja nicht. Sie ist ja im Jahre 2013 nur deswegen gegründet worden, um eben diesen angeblichen Zahlmeister Deutschland zu bändigen, dass er nicht für die Schulden anderer Länder aufkommt. Das heißt, hier gibt es einen ganz klaren Interessensgegensatz zwischen der AfD und der Lega Nord. Da gibt es noch andere Interessensgegensätze auf der europäischen Ebene mit anderen populistischen Parteien. Also, dass es da eine so große, etwa 25 Prozent starke nationalpopulistische Koalition gibt, die den etablierten Koalitionen der Europäischen Volkspartei oder der Sozialdemokraten da Paroli bieten kann, in einer, wie gesagt, relativ großen Stärke von etwa einem Viertel der Abgeordneten somit. Das ist also etwa die Prognose, mit der da gerechnet wird auf europäischer Ebene. Das sehe ich noch nicht. Dazu sind die Interessensgegensätze viel zu groß. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich diese populistischen Parteien im europäischen, auch im neuen europäischen Parlament in mehrere Fraktionen aufteilen und damit natürlich auch ihre Schlagkraft bis zu einem gewissen Grad schwächen. Also, das wird noch interessant zu sehen sein, was sich da dann zusammenfügt oder auch etwa nicht. Zum Schluss, Alexander, bitte kurze Antwort. Also, dieser André Poggenburg, der jetzt raus ist, Georg Pazersky hat es ja versucht, da ein bisschen runterzuspielen. Das würde auf dem Parteitag in Riesa keine Rolle spielen. Ich glaube, das ist ja überhaupt nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Was bedeutet sein Austritt für die AfD? Ja, zunächst mal ist einer gegangen, der in der Partei in den letzten Monaten für ziemlich viel Unruhe gesorgt hat. Das waren ja übrigens auch Äußerungen, die selbst den Rechten in der AfD zu weit gegangen sind. Der hat an Silvester jetzt alle Mitbürger der Volksgemeinschaft gegrüßt. Der hat die in Deutschland lebenden Türken im letzten Jahr als Kameltreiber und Kümmelhändler bezeichnet. Das sind alles Formulierungen, die die AfD ja in die Nähe der Beobachtung des Verfassungsschutzes schieben. Und das will die Parteiführung, vor allem die Bundesparteiführung, in jedem Fall verhindern. Insofern ist man ganz froh, dass Poggenburg nicht mehr in der Partei ist. Aber viele seiner Gesinnungsgenossen, Albrecht von Lucke hat das ja gerade gesagt, Björn Höcke und andere, die sich inhaltlich kaum von Poggenburg unterscheiden, die sind ja nach wie vor in der AfD, die werden das Profil der Partei auch in Zukunft prägen. Also dieser rechtsgerichtete Flügel der Partei, der wird nach wie vor sehr viel Mitsprache haben in der Partei, ob mit oder ohne andere Poggenburger. Ja, und wie viel Mitsprache die haben in Riesa, werden wir ja morgen bei Phoenix sehen. Sie sind live vor Ort und werden uns auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für den Moment. Alexander Kehler nach Berlin.